Hallo und Willkommen zurück zu Celeste, Alter das war gerade so ein bisschen Hölle. Wow, danke. Danke. Wow, danke dafür. Einfach nur danke. Ja, einfach nur danke. Ja, wie gesagt, einfach nur danke dafür. Oh, danke. Danke dafür. Oh, mein Gott, ich war doch gerade am Safestate. Ich habe mir gerade so gedacht, ich bin super, ich kann Safestate. War ich gerade an der perfekten Versa- Hallo? Alles klar, ich wollte eigentlich speichern, aber dann habe ich halt gedasht, statt zu speichern. Sobald dauert. Sobald dauert. Sobald dauert. Jetzt rein. P Das war's. Okay. Okay. Mein Gott, Alter. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, okay Okay Alter Schwede Okay, hier ist der Wind zumindest wieder ein bisschen schwächer Und nicht so krass, wie er da gerade eben war War das gerade eben, das war ja schon sehr krank Mit der Windstärke her Ich finde das lustig, weil ich habe ja irgendwie unendlich Ich meine gut, ich habe unendlich Stamina Aber ich glaube, ohne wird es auch gehen, weil ich glaube, die Stamina wird refresh, wenn du von denen warst oder Oder ehre ich mich da? Wow, alles klappt Wow 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 Acht Okay Okay Nur eine Wand Ich dachte schon, ich wäre jetzt in einem Raum, wo es voll damit ist Na ja Okay, gut Da wurde der Wind schneller, wenn ich den Jumper schaffe Toll Das ist wow weißt du, vor allem der Witz ist ja ich bin beim Safestaten eigentlich weil ich mir so denke, das kann ich ja gar nicht nicht schaffen, oder schaffe ich es nicht da habe ich aber glücklicherweise auch nicht gesafestated, was joa, gut wow wow nein okay okay Kanada bei die Flagge da oben okay 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 Okay, das war jetzt ziemlich krass. Und definitiv nicht intended. Oh, wir hatten einfach nur so eine Pause gemacht. Ich habe nebenbei ein Livestream offen von Chaotic Meatball. Wie er gerade seinen Shiny Nuzlocke 1 über alle Spiele hinweg macht. Also ohne, dass ich ein Pokémon wiederholen darf, was ziemlich krass ist. Er hat schon mal als nicht Shiny gemacht und jetzt als Shiny macht das als eine Art Sabaton quasi. Weil da in der Zeit nicht an anderen Videos arbeiten kann. Ja, muss er halt irgendwie anders das Geld aufdreiben, Wurst. Vor allem, weil das im Vergleich zu der normalen Challenge ja viel länger dauert. Dadurch, dass er ja nur Shinies fängt. Und aktuell sind es halt Full-Orded Shiny, weil es ist ja First-Gen und so. Also, ich meine, er würde auch andere Methoden verwenden später, aber jetzt gerade gibt's keine anderen. Alter. Du, ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Da war was drin. Wow. Das ist rot. In der Vorschau. Ich hoffe, es ist grün. Er wartet nicht grün. Dunkel-violett müssten die jetzt eigentlich sein. Wenn ich mich richtig entsende, das habe ich mir ja aufgeschrieben. Die Farbe wurde ja geändert von denen. Also, er versucht gerade, einen Shiny-Ratz-Fratz zu kriegen. Damit er später auf einer anderen Route gar... Ja, gut, nicht zwingend garantieren kann und eine höhere Chance hat, einen... ...Georg zu kriegen. Okay, ich denke mal, dass ich da wieder hinkommen werde. Man muss ja sagen, dieses Konzept, was der hier macht mit Bubbles in Bubbles in Bubbles in Bubbles, ist halt schon irgendwie witzig. Man muss ja ehrlich gesagt sagen, ich habe gerade drauf vertraut, dass das, was ich mache... Oh, Gott, Alter. Hahaha. Wieder witzballt. Wieso bist du rot? Ich habe mir doch aufgeschrieben, eigentlich... Like... Ah, okay, die sollen auch rot sein. Dark red. Okay. Und vorher waren sie grün. Komm mir aber gar nicht so dark vor, aber gut. Ja, wir haben die dunkle Seite der Macht abgeschlossen. Okay, es kommt keine weitere Message. Ich weiß nicht, ob wir jetzt Goldene Erdbeeren wieder haben. Werd ich wohl ausschauen müssen. Aber ich mach... Genau, ich mach das hier erstmal fertig. Erstmal weg, wo ich das aufgeschrieben habe mit den Herzen. Ähm, gut. Schauen wir mal. Das sind Goldene Erdbeeren hier. Jetzt. Ja. Varianten, äh... Spieltabber erhöhen wir. Sieberkabber machen wir an. So. Unsere Goldene Erdbeere. Damit müssten wir dann... Ja, eine Goldene Erdbeere in der B-Seite. Und... Mehr Erdbeeren für mein Safe Game. Okay. Alter, ich seh nix Ah, gut Mal, ich kann nicht nein sagen, wenn sie meinen Weg blockieren Oh, das stimmt wohl Also wenn Chaotic Meatball die Serie noch macht, wenn das Video herausgekommen ist, dann heißt das, die Serie lief über einen ganzen Monat Wenn ich so drüber nachdenke, wenn das Video herauskommen wird Ja, wohl nicht ganz April hat angefangen Ich hab, glaub ich, eingestellt bis irgendwie 11. April Das heißt also, das Video hier wird irgendwann nach dem 11. April dann wahrscheinlich rauskommen Weil ich keinen... Ne, warte Ne, die anderen Celeste-Videos kommen davor Ah Ja, okay, keine Ahnung Dann könnte es vielleicht sogar wirklich sein, dass es schon ein ganzer Monat rum ist Ich so drüber nachdenke Ah ja Ich hab halt gerne viel Vorrat Ich mein, ja, von Monster Hunter hat ein Haufen Vorrat und so Äh, ich hoffe, dass ich auch weiter Monster Hunter aufnehmen kann, weil, äh Sagen wir es einfach mal so Also mein Cousal ist ja ein bisschen Einerseits hat er, glaub ich, kein Bock mehr auf Grinden Zumindest nicht aktuell Andererseits, äh Bin ich immer letztes Mal so ein bisschen auf die Nerven gegangen, als wir aufnehmen wollten, weil ich Alter einfach noch was zu tun hatte Und selber so ein bisschen gestresst war Und da war ich halt nicht unbedingt so nett Oh, nee, wir sagen wir mal so So Ich hoffe, das klärt sich Ich hoffe auch, dass die Projekte, von denen er die Channels gelöscht hat, wie Matika und so Äh, dann doch irgendwann passieren, weil ich eigentlich nicht gut glauben kann, dass er es nicht mehr machen will Also Wenn er was mehr machen will, dann kann ich eigentlich nicht glauben, dass das nicht dabei wäre So In der Art Deswegen war ich auch etwas sad, weil ich dachte, dass er gar nichts mehr machen will, wenn er solche Sachen löscht Aber das scheint Nicht der Grund, oder Ich weiß es nicht Äh, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht Ich glaube, ich sollte auch nicht darüber reden Sonst Äh Wäre schon wieder traurig Ähm 2, 0, 1 1 Äh, okay, warte mal Ah, das Zeno streamt jetzt auch Ah, muss ich dann 2 streamen gleichzeitig schauen Darum steht Ja gut, nicht wirklich, weil ich aktuell sowieso nichts schaue, weil ich ja aufnehme Äh, so, wartet mal Ich muss, äh 4T-Kassette Dark 9D hat Hat ein neues Icon Wart mal Ah, ja Ich glaube, das da war neu Das hatte ich aber, glaube ich, damals schon gezeigt Das kann ich also löschen Äh 4D-Kassette Neues Icon Bignetten-Effekt gibt es auch in 9D Keine Ahnung Werden wir dann irgendwo sehen Äh, und 3D Mach ich jetzt auch mal eben weg Weil Das machen wir jetzt auch Oder machen wir das Ja, wir werden nicht vergessen Ciao 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 Ciao